Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder mit einem gespielt Video und fünf, wie ich finde, sehr interessanten Spielen. Teilweise Enttäuschung, teilweise Überraschungen. Und ich möchte auch direkt anfangen mit dem ersten Spiel. Und das erste Spiel ist ein Spiel, was es sehr lange nicht hier in dieses Gespielformat geschafft hat. Ich hatte so ein bisschen die Liste durchgeguckt und war ganz entsetzt, dass ich euch noch gar nicht davon berichtet habe. Ich habe schon einige Partien gespielt und sie sind auch tatsächlich teilweise schon etwas länger her. Aber jetzt vor kurzem habe ich es dann doch noch mal rausgeholt und möchte das als Anlass nehmen, euch noch mal davon zu berichten. Ja, und die Rede ist von Time Capsules. Time Capsules habe ich schon 2022 ziemlich gehypt. Ich hatte das gesehen, dass es das auf Englisch gab auf der Messe. Es gab immer nur sehr wenige Exemplare. Und dann gab es aber eine Förderung bei der Spieleschmiede. Dann wurde das auf Deutsch umgesetzt und da habe ich dann mitgemacht. Und mir wurde das dann letztes Jahr auch dann zugesendet, als die Auslieferungen dann soweit waren. Und ja, ein Grund, warum es vielleicht auch nicht auf meine Gespieltliste bisher geschafft hat, ist, dass es tatsächlich so ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Der Preis ist ziemlich üppig, muss man sagen. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich an diesen Plastikkugeln, die da drin sind. Wobei ich sagen muss, vom Materialwert ist das tatsächlich überschaubar. Und spielerisch bringt es dann doch nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich hatte es ziemlich gehypt, bevor ich es das erste Mal gespielt habe. Dementsprechend war die Enttäuschung dann umso größer, obwohl ich sagen muss, es ist gar nicht so ein schlechtes Spiel an sich. Es hat nur nicht irgendwie die Erwartung erfüllt, die ich dran hatte. Was machen wir bei Time Capsules? Bei Time Capsules reisen wir durch die Zeit, beziehungsweise wir haben so Zeitkapseln, in die wir verschiedene Materialien stecken können, Würfel, Ressourcen etc. Und diese Time Capsules, die machen wir dann zu gegebener Zeit immer wieder auf, können dann was mit diesen Ressourcen machen, können dann was mit diesen Würfeln machen, um uns neue Sachen zu kaufen. Und dann müssen wir unsere Zeitkapseln quasi wieder füllen und dann ziehen wir die irgendwann wieder. Also man hat quasi so eine Art Cooldown-Mechanik mit seinen Ressourcen und mit seinen Würfeln, die man dann würfeln kann, bei denen man noch Sachen verbessern kann, mit seinen Update-Plättchen. Also da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die man da in diese Zeitkapseln reintun kann. Ja, und dieser Zeitreiseneffekt, der kommt irgendwie nicht so richtig zur Geltung. Ich finde, auf der einen Seite ist das Spiel tatsächlich ein bisschen kurz, also es geht doch relativ schnell, dass man diese Zeitkapseln dann irgendwie alle einmal aufgemacht hat, beziehungsweise alle zweimal aufgemacht hat und gefühlt ist das Spiel dann auch schon vorbei. Okay, man kann nur eine bestimmte Anzahl von Sachen in die Zeitkapseln tun, den Rest muss man irgendwie abwerfen und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie kommt so dieses Zeitreise-Feeling überhaupt nicht auf, weil man ja doch jede Kapsel, jede zweite Runde öffnet. Also dieser Cooldown-Effekt ist sehr kurz und ja, weiß ich auch nicht. Hat irgendwie nicht so richtig gezündet, obwohl die Mechanik okay ist, also es gibt unterschiedliche Würfelfarben mit unterschiedlichen Seiten, da kann man dann, ja, die kann man dann gegenseitig upgraden, dann kann man die irgendwie als Ressourcen benutzen, um sich Siegpunkte-Plättchen zu kaufen oder noch solche Update-Plättchen. Ja, aber teilweise sind diese Plättchen, die man sich dann kauft, sehr situativ, dann gibt es noch so Kristalle, die man ausgeben kann für Karten, da gibt es auch noch coole Effekte und so. Also im Grunde genommen schon auch irgendwie eine ziemlich coole Mischung, aber so in Summe, ja, hat es einfach nicht geflasht, muss man einfach sagen. Also es hat dann einfach enttäuscht und ich muss einfach sagen, für den Preis, was ich da bezahlt habe, ja, das geht tatsächlich, finde ich, gar nicht. Und ja, ich habe das Spiel jetzt tatsächlich auf meinem Auszugstapel und für relativ günstig, würde ich sagen, habe ich es bei Ebay oder bei Kleinanzeigen reingestellt. Ja, was wir dann natürlich trotzdem irgendwie keiner haben, obwohl es, ja, naja, weiß ich auch nicht. Also wenn ihr Interesse habt, schaut mal, vielleicht kann ich es auch irgendwie verlosen, wenn ich es gar nicht loswerde. Ähm, ja, aber das ist zu Time Capsules leider so eine kleine Enttäuschung. Dann habe ich ein Spiel mitgespielt, das, ja, war doch auch ein relativ großer Hype-Titel Ende letzten Jahres. Ich habe es ihnen irgendwie ausgelassen, weil mich das Thema so gar nicht geflasht hat, weil mich das Artwork irgendwie nicht geflasht hat. Und ich auch, ja, ich glaube, ich habe mich auch einfach nicht gut informiert, muss man einfach sagen. Und jetzt so im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil das Spiel wirklich cool ist. Also ich habe Obsession mitgespielt, einmal, in der absoluten Basis-Version, also ohne irgendwelche Zusatzmodule. Ich habe auch nur eine Partie gespielt, deswegen ist es auch einfach ein wirklich sehr erst, also ein sehr, ja, reiner Ersteindruck. Wirklich, ich habe nur so reingeschnuppert in das Spiel, so die Tiefen habe ich wahrscheinlich noch nicht so richtig ergründet. Aber es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und bei Obsession spielen wir eine Familie, ähm, ja, was ist das, ähm, ähm, ja, Welche Zeit ist das, so, so 20er, 30er Jahre im englischen Adelshäusern? Also wir spielen so eine Adelsfamilie. Und wir wollen natürlich am meisten Prestige haben. Und das funktioniert so, dass wir immer so Veranstaltungen machen und uns Räume kaufen und dann für diese Räume noch bestimmte Leute benötigen. Ja, gibt es so kleine Worker, die wir haben, die gehen auch immer auf Cooldown, wenn wir die benutzt haben. Und dann können wir irgendwie, ja, unsere Plättchen, die wir gekauft haben, wir haben am Anfang auch so Basis-Plättchen, die können wir dann irgendwie aktivieren. Und dann müssen wir eine bestimmte Anzahl von Workern, beziehungsweise auch von Karten dann dazu irgendwie ablegen. Beziehungsweise die können wir dann aktivieren, bekommen dann die Boni, können dann Geld sammeln. Wir können solche Punkte sammeln, wir können so Ansehenspunkte noch sammeln. Und dann können wir uns einfach neue Plättchen kaufen. Und dann, ja, gibt es noch so Zwischenwertungen, dass man eine bestimmte, ähm, Zimmerart, dass man da bestimmt viele Punkte haben möchte. Dann kriegt man noch so einen Prestigegast. Dann gibt es sowieso unterschiedliche Arten von Gästen, so Prestigegäste, so normale Prestigegäste und ganz normale Gäste, die man dann irgendwie zu seinen Veranstaltungen einladen kann und dann ausspielen kann, um die Boni zu erlangen. Ja, und da gibt es irgendwie eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und unsere Partie war, also ich habe mit zwei Leuten gespielt, wir haben zu dritt gespielt. Die anderen beiden hatten das schon ein paar, ich glaube schon zweimal gespielt. Ich habe dann meine Erstpartie gemacht und ich wusste halt total überhaupt nicht, was ich da tue. Ich habe, ja, irgendwie so ein bisschen vor mich hingebaut, ein bisschen vor mich hin aktiviert. Und ich fand es ziemlich cool, weil ich dachte, ich werde komplett abgeschlagen, weil ich diese Zwischenwertung, die ersten, ich glaube die ersten drei oder vier Zwischenwertungen, da hatte ich gar nichts mit zu tun, weil ich die Zimmer nicht hatte. Und ja, es lief irgendwie so mittelmäßig, hatte ich das Gefühl. Aber am Ende war ich tatsächlich nur einen einzigen Punkt hinter dem Gewinner. Und das fand ich cool, weil ich einfach irgendwie auf andere Art und Weise meine Punkte gemacht habe. Ich habe viele sehr teure Plättchen gekauft, habe die dann umgedreht und die haben mir dann wirklich sehr viele Punkte gebracht. Am Ende hatte ich auch noch, ja, ein paar coole Gäste auf der Hand, die mir noch Punkte gebracht haben. Geld ist ja auch noch relativ viel wert. Am Ende hatte mich dann ein bisschen gewundert. Ja, und so hat das echt ganz gut gepasst. Also wir waren wirklich alle nah beieinander. Und ja, gut, das Thema, das ist halt so, also wer Downton Abbey mag, der ist da voll in seinem Element so, habe ich das Gefühl. Ich finde Downton Abbey habe ich auch geguckt und ich fand es auch ganz nett, aber ich muss halt irgendwie kein Spiel spielen, was in die Richtung geht. Das ist einfach nicht meine Welt. Aber man muss sagen, es ist doch sehr gut umgesetzt. Es sieht sehr schön aus. Es passt einfach total in diese Zeit. Und ja, die Thematik kommt auch wirklich ganz gut rüber. Hat mir also wirklich ganz gut gefallen. Und ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Partien. Ich hoffe, dass ich es nochmal irgendwo mitspielen kann in meiner Sammlung. Habe ich es nicht und es wird wahrscheinlich auch nicht einziehen. Und dann möchte ich aber nochmal mit ein paar Modulen, ein paar anderen Modulen mitspielen, um nochmal, ja, so ein paar andere Facetten von dem Spiel kennenzulernen. Falls ich das hinkriege, werde ich auf jeden Fall das Ding dann nochmal hier im Gespielt-Video ein bisschen ausführlicher besprechen. Und das, ja, soll es erstmal gewesen sein zu Obsession. Dann habe ich ein Spiel gespielt. Das habe ich mir vor kurzem gekauft. Das hat mich extremst positiv überrascht. Ich hatte Terra Pyramides schon auf der letzten Messe gesehen in Essen. Da war das bei Korean Board Games aufgebaut. Aber es gab es, glaube ich, nirgendwo zu kaufen, soweit ich weiß. Und jetzt ist das Ganze auf Deutsch bei Huch erschienen. Und das Ding ist sehr, ist eigentlich sehr unspektakulär, aber finde ich relativ clever gemacht. Also es ist ein Plättchenlegespiel, bei dem wir, ja, Plättchen legen in so einer Wüste. Und da können wir Plättchen, das sind so viereckige Plättchen, die können wir irgendwo anlegen. Und immer, wenn wir an einen Bauplatz anbauen, dann müssen wir da so ein Pyramidenfundament draufbauen, beziehungsweise, ja, müssen wir so ein Fundament da draufbauen. Und dann können wir immer, wenn wir ein Plättchen gelegt haben, eine Reihe aktivieren. Und diese Reihe sind immer ein bis vier Plättchen. Das kann waagerecht, diagonal oder senkrecht sein. Und diese Aktivierung, das sieht dann so aus, dass wir da entweder, ja, Gold bekommen, dass wir Arbeiter auf diese Plättchen platzieren können, dass wir Bauresourcen bekommen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir unsere Arbeiter, die wir auf diese Plättchen platziert haben, weil sie vielleicht, ja, da platziert werden mussten, dann müssen wir diese Arbeiter auf diese Bauplätze verteilen. Auch wieder in senkrechten, geraden und diagonalen Linien, die wir, ja, die kein Ziel haben, die wir nun so hinlegen können, die verfallen. Und dann ist es so, immer wenn wir drei Arbeiter auf einem so einer Pyramidenbaufläche haben, dann können wir dort bauen. Und dann versuchen wir, ja, diese Pyramiden möglichst hochzubauen, um dann möglichst viele Siegpunkte zu erlangen. Und das ist eine wirklich sehr coole taktische Angelegenheit, muss ich sagen. Also es hat mich wirklich überrascht, wie cool dieses Spiel ist. Also wirklich, das Erste ist erstmal, diese Aktivierung, also wir haben erstmal ein Plättchen, das ziehen wir, das kann halt, ja, das ist ein beliebiges Ding so. Und dann, wenn wir legen, da fängt es schon an, da müssen wir dann überlegen, okay, ha, okay, wenn ich jetzt das hier da hinlege, dann habe ich eine Dreierreihe. Die kann ich aktivieren und dann kriege ich die und die Ressourcen und die und die Arbeiter. Aber wenn ich das mache, dann kann mein Gegner diese Reihe aktivieren und sich diese Bauplätze schnappen und da auf seine Bauplätze gehen und da die Arbeiter hinschicken, hm, dann sollte ich das vielleicht nicht machen. Und wenn ich hier die Zweierreihe aktiviere, dann kann er auch nur eine Dreierreihe aktivieren und so. Also da gibt es schon, schon im ersten Moment gibt es da wirklich sehr viele coole taktische Möglichkeiten, um dem Gegner ein bisschen das Leben schwerer zu machen und ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, seine Ressourcen zu optimieren, seine Arbeiter zu optimieren, sich bestimmte Bauplätze zu schnappen und so. Das ist sehr cool. Und dann gibt es noch, das ist so die Basisversion, das ist relativ simpel, da gibt es noch so zwei Umschläge, wo man das Ding noch erweitern kann mit so Modulen. Die habe ich auch schon ausprobiert, ist auch ganz cool. Dann gibt es noch zwei so zusätzliche Leisten. Dann gibt es noch extra Dinger, wenn man seine Pyramiden umrandet und so. Und ja, und dann geht es darum, möglichst viele Punkte rauszuholen mit den Pyramiden. Und das ist halt, wenn man eine Pyramide tatsächlich bis zum obersten baut, dann kriegt man für die letzte Stufe 60 Punkte sind das. Also von 35 von der vorletzten auf die letzte Stufe sind dann 35 auf 60 Punkte. Das sind halt plus 25 Punkte. Und dann die ersten Stufen geben immer nur so 5 und 10 Punkte. Und dann, ja, wenn man halt breit baut, dann muss man wenig Ressourcen ausgeben, weil man für die erste Stufe immer nur eine Ressource ausgibt. Wenn man für die letzte aber bauen möchte, muss man schon 5 Ressourcen einer Farbe ausgeben. Man kann aber irgendwie nur 7 sammeln, aber es gibt Joker-Ressourcen. Und man kann aber auch umtauschen und hier und da. Ja, also da muss ich sagen, es bietet wirklich sehr viel. Es hat einen ganz tollen Flow. Es ist ein bisschen friemelig mit diesen Arbeitern, dass man die dann immer wieder runternehmen muss und dieses Plättchen da reinschieben muss und so. Aber sonst, mega. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Hat mich geflasht, das Spiel für so ein kleines Plättchenlegespiel, was, ja, ist gar nicht so klein. Die Packung ist tatsächlich ziemlich groß. Die Plättchen, also die Pappe ist auch sehr dick. Es ist ein riesiges Spielfeld. Das hätte man wahrscheinlich auch kleiner machen können in einem kleineren Format. Aber so, ja, so ein Pyramidenspiel. Mega, muss ich sagen. Also schaut da mal rein, wenn ihr nochmal ein cooles Plättchenlegespiel, ein taktisches braucht. Dann kann ich euch Terra Pyramidens wirklich sehr empfehlen. Dann habe ich noch ein Spiel gespielt, das hat wirklich faustdick hinter den Keksen, muss man sagen. Ja, es sieht wirklich süß aus. Es hat ein süßes Setting mit Keksebacken, aber bietet dann doch sehr viel taktische und strategische Tiefe, muss man sagen. Also Cookie Champion hat mich auch wieder positiv überrascht und ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Das Ding ist ein Kickstarter, der von Eagle Griffin, glaube ich, demnächst ausgeliefert wird. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall eine Eagle Griffin Version zugeschickt bekommen und das Ding wird im Sommer bei Skellig Games erscheinen. Und ja, ich dachte so, ja, okay, Cookie Champion, ja, das ist irgendwie so ein Familienspiel und das wird ja easy peasy und naja, also tatsächlich musste ich auch ganz schön grübeln bei meinen Zügen. Was machen wir? Bei Cookie Champion, ja, wir versuchen Kekse zu backen. Das ist eigentlich relativ straight. Wir versuchen, bestimmte Ressourcen zu sammeln. Es gibt so Grundressourcen, die wir auf so einer Leiste abtragen können und da gibt es noch so Zusatzressourcen-Plättchen, die immer, ja, eine Ressource zeigen und gegebenenfalls noch eine Dekoration. Und dann können wir mit bestimmten oder mit einer Aktion diese Kekse backen und dann können wir mit einer weiteren Aktion diese Kekse noch dekorieren. Und ob wir nun dekorierte oder nicht dekorierte Kekse haben, diese können wir dann entweder verkaufen für Geld oder wir können sie einer Jury vorlegen und dann auf Tischen platzieren. Und das Ziel des Spieles ist es im Grunde genommen, ja, möglichst viele Punkte zu machen durch Kekse. Also die Kekse selber, die bringen Punkte. Dann bringen die Mehrheiten auf den Tischen etwas, also auf den Jury-Tischen. Dann gibt es noch so einen extra Jury-Tisch, der auch noch irgendwie was bringt. Dann kriegt man noch ein Punkte, ja, Geld und Punkte-Einkommen durch dekorierte Kekse, die man irgendwie weggelegt hat. Also da gibt es auch wieder eine Vielzahl von Möglichkeiten zu punkten. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach, denn es ist ein richtig hartes Optimieren von seinen Aktionen. Es ist nämlich so, dass wir immer, wenn wir eine Aktion machen wollen, eine Karte ausspielen müssen. Wir haben fünf Karten auf der Hand. Wir können auch immer, ja, jede Runde quasi aus unserem Deck uns fünf Karten raussuchen. Also es ist auch so ein bisschen Deck-Building und Hand-Management. Und diese Karten zeigen dann immer noch so Zusatzaktionen. Und da gibt es auch verschiedene Stufen von Karten, also die späteren sind dann auch irgendwie noch besser. Und da gibt es am Ende noch Karten, mit denen man noch Siegpunkte kriegen kann und so. Und ja, dann gilt es irgendwie, seine Kartenhand so geil zusammenzustellen, dass man möglichst wenig Aktionen braucht, um, ja, möglichst irgendwie eine gute Anzahl von Keksen zu backen. Man kann immer nur zwei gleichzeitig auf seinem Blech liegen haben und dann muss man die erstmal wieder verkaufen, bevor man dann wieder neue backt und so. Also das ist wirklich ein sehr hartes Optimieren. Und dann ist vor allen Dingen auch dieser Kampf um die Tische, den darf man auch nicht außer Acht lassen, das ist dann auch irgendwie hartes Brot. Dann kommt der eine, der irgendwie nur so Billigkekse backt, die nie dekoriert und der platscht die ganzen Tische dann voll, hat aber dann auch nur die, ja, die niedrigen Kekspunkte und da kann man dann irgendwie mit anderen Karten gegen an. Und ja, also ich muss sagen, es hat mich wirklich sehr, sehr positiv beeindruckt und sehr überrascht. Ich habe es jetzt in mehreren Konstellationen gespielt. Ich habe es einmal zu dritt gespielt und ich habe es zweimal zu zweit gespielt. Also ungefähr, ja, drei Partien habe ich jetzt gemacht und ich freue mich mega auf die deutsche Version. Das Ganze, ja, ist sprachneutral, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, ich glaube, die Karten sind alle sprachneutral. Also da wird dann wahrscheinlich auch nur noch die Anleitung übersetzt. Also wird das Ding hoffentlich dann auch relativ schnell auf Deutsch kommen und dann auch, ja, wenig fehlerbehaftet sein. Ähm, die Anleitung war auch wirklich gut, muss ich sagen. Und ja, hat mich, hat mich irgendwie, ich habe, ich hatte noch, also es gibt ja so viele, so eine irgendwie Donut und Keks und whatever Essensspiele. Ich habe, glaube ich, keins von diesen bisher gespielt. Das war so mein erstes Essens, Back, Whatever Spiel. Und ja, also wenn die alle so sind, dann muss ich die alle auch noch ausprobieren. Und vielleicht an dieser Stelle den Aufruf, welches von diesen Keksspielen, ja, Keksspielen, Backspielen oder Kochspielen und so, ist denn euer Lieblingsspiel? Ich möchte gerne jetzt noch weiter in diese, in dieses Genre eintauchen und vielleicht das eine oder andere noch mal ausprobieren. Da hätte ich gerne eure Tipps. Schreibt mal in die Comments, welche, ja, Essensspiele ich mal ausprobieren soll. Und dann kann ich natürlich auch hier in dem Gespielt-Video gerne drüber berichten. So, und so langsam komme ich auch an den Punkt, dass ich endlich mal die ganzen Erweiterungen ausprobieren kann, die ich mir ja letztes Jahr gekauft habe. Und eine von den Erweiterungen, die ich jetzt vor kurzem ausprobiert habe, ist die Archenova Wasserweltenerweiterung. Bei Archenova Wasserwelten kommen mehrere Dinge hinzu, wobei ich sagen muss, tatsächlich ist sie gar nicht so üppig, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, wir haben als erstes natürlich neue Wassertiere. Also, es gibt viele neue Karten mit neuen Tieren. Also, ne, die ganzen, findet Nemo-Tiere natürlich, Clownfische und, ja, Haie und was ihr da alles so im Meer finden könnt, Schildkröten etc. Dann haben wir, wobei Schildkröten waren wahrscheinlich schon vorher dabei, oder? Amphibien? Hm, naja. Dann gibt es auf jeden Fall ein neues Gehege. Es gibt nämlich jetzt ein Aquarium. Da gibt es zwei unterschiedliche Größen, die kann man dann bauen. Und wir haben jetzt so eine Welle auf den Karten. Das ist, ja, so ein Mechanismus, der ein bisschen die Kartenauslage schneller durchlaufen lassen soll. Denn es ist immer so, wenn ein Tier abgelegt wird, was eine Welle hatte, ne, wenn es nicht abgelegt wird, wenn es gezogen wird und in die Auslage gepackt wird und das Tier hat so ein Wellenzeichen, dann wird immer die letzte Karte aus der Auslage abgelegt und alles natürlich weitergeschoben und dann wieder eine neue aufgedeckt. Und das macht man dann quasi so lange, bis endlich mal kein Wellentier auftaucht. Also, das heißt, tatsächlich ist so dieser Durchlauf bei den Nachtziehstapeln etwas erhöht worden, muss man sagen. Und das finde ich auch cool, weil, ne, ihr kennt das, wenn man irgendwie auf ein Streicheltier wartet, weil man darauf gesetzt hat und es kommt halt Ewigkeits und es ist Kacke und das passiert tatsächlich jetzt nicht mehr so leicht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist eine ziemlich coole Neuerung, muss man sagen. Und dann gibt es noch eine weitere ziemlich coole Neuerung, denn es gibt jetzt Koralleneffekte. Es gibt Tiere, die haben Koralleneffekte. Das sind quasi Ausspieleffekte. Wenn ich mein Tier in mein Zoo gespielt habe, dann kann ich den Effekt triggern. Aber ich kann auch zusätzlich alle Koralleneffekte aller Tiere, die ich bis dato auch ausgespielt habe, nochmal triggern. Das heißt, ja, das ist so quasi so ein Kaskadeneffekt. Das ist ziemlich cool, kann ziemlich stark sein. Da kann man sich sehr viele coole kleine Boni holen, so für zwischendurch, muss ich sagen. Ja, richtig, richtig cool. Und dann gibt es noch eine weitere Neuerung. Das ist, glaube ich, so das Geilste. Es gibt nämlich neue Aktionskarten. So am Anfang kriegen wir jetzt nicht mehr diese Standardaktionskarten, sondern wir bekommen jetzt eine bestimmte Anzahl von erweiterten Aktionskarten, quasi asymmetrische Aktionskarten, von denen wir dann wählen können. Das heißt, wir haben quasi zwei Aktionskarten dann am Ende in unserem Fundus, die nicht den Standardaktionskarten entsprechen und die so ein bisschen asymmetrisch ist. Und das sind, und das finde ich halt wirklich cool. Es gibt ein paar zur Auswahl. Jedes Spiel hat man dann irgendwie eine andere Kombination. Und die verändern das Spiel jetzt nicht unendlich stark. Also es ist nicht so, dass man dann, ja, völlig krasse Taktiken fahren kann oder whatever. Aber sie bringen einem dann für die eine oder andere Aktion nochmal einen kleinen Vorteil. Und dann kann man sich auch überlegen, dass man die vielleicht, ja, besonders umdreht nochmal schnell. Oder man sagt halt, nee, der Bonus ist halt so stark. Da komme ich irgendwie auch klar, wenn ich die Karte nicht verbessere. Also da gibt es, ja, sehr coole Kombinationen und sehr coole Möglichkeiten. Muss ich sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann, ja, was noch? Es gibt halt neue Spielsteine. Also irgendwie der, diese ganzen Punktezähler und diese, äh, diese kleinen Cubes, mit denen man die, äh, die Projekte, diese Naturschutzprojekte markiert. Das sind jetzt alles kleine Tierchen und kleine, ja, haben halt irgendwie eine kleine Form und so. Muss ich sagen, ja, okay, ist ganz nett. Aber tatsächlich hätten sie sich das auch sparen können und dann irgendwie die Erweiterung für ein Firmware weniger verkaufen können, muss ich sagen. Naja, das ist nur meine persönliche Meinung. Wie alles andere hier auch, was ich auf dem Kanal erzähle. Ähm, genau. Aber das zu Archenova Wasserwelten finde ich gut. Ich lasse die Erweiterung jetzt drin. Ich glaube, dass wir jetzt immer nur noch mit Erweiterung spielen. Ich finde vor allen Dingen durch diesen Karten, diesen schnelleren Kartendurchlauf, ist das Ganze auch ein bisschen dynamischer und hat so ein bisschen, so ein bisschen weniger glückslastig. Ähm, das finde ich wirklich cool. Ja, das wollte ich noch loswerden. Das war das letzte Spiel für heute. Ich hoffe, ja, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch ein bisschen informieren. Vielleicht nehmt ihr das eine oder andere ja mit aus diesem Video. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und denkt auf jeden Fall dran, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich über eure Unterstützung. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Eine Win-Win-Situation, möchte ich sagen. Und ja, dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hatte hier zwei Vorschläge für euch. Einmal eine Rezension zum Spiel Moon Attack. Ein sehr cooles, gehobenes Familienspiel, bei dem wir ein 3D-Eistempel bauen. Guckt da mal rein. Ist ein ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen. Ich habe es auch schon mit Kindern gespielt. Das kann man auch ganz gut machen. Also, und mit Erwachsenen auch. Cooles Teil. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Auch ganz cool. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.